Und damit willkommen zurück hier bei Faktorio. Die kriegen einfach zu wenig Brennstoff hier rein. Ja, das lässt mir jetzt aktuell gerade nicht so die Ruhe. Vor allem wenn ich gucke. Das wird hier immer weniger Wasser. Ah, ich brauche für die hinteren zwei also nochmal ein paar Wasserpumpen. Okay. Okay, okay, okay. Das war nämlich jetzt doch gerade so ein bisschen die Sorge. Ja, ja, ja. Jetzt wird es besser. Gut. Ich werde unten die Kisten umdrehen. Und schauen, dass wir da etwas besser dann zurechtkommen. Die Getriebe. Alt, stopp. Hier waren sie doch. Mal her. Oder werde ich noch mehr brauchen. So. Hier hin. Und dann bitte einmal kopieren. Einfügen. Einfügen. Das wird mehr. Ja, ja. Passt. Perfekt. Gut. Dann hätten wir das zumindest. So. Jetzt da unten schnell mal die Kisten drehen. Und. Ja, was soll's. Machen wir das so. Machen wir das so. Ja, eben hier da, da, da zwimmelt alsmal die Elektrizität. Geht. So. Und jetzt. Sollte hoffentlich die eine Seite da mal voll ausgelastet sein. Wobei ich das gerne so auch versuchen würde. Ob das klappt oder nicht. Ich zweifle. Nee, komm. Mach so. Da staut sich's schon. Das ist gut so. Und dann. Musst es halt später dann halt. Ach, guck mal an. Da könnte ich ja eigentlich auch mal die Kohle rausholen. Ach, glaub dafür war das ja mal. Das hier die Notfallkohle. Ja, da hinten das. Ja, da füllt sich's. Ich müsste es dann nur mal hier füllen. Oder stauen. Dazu müssten halt mal die ganzen Fuelbox, äh, Box, Blocks dort hinten hin. Und dann, ja. Das da muss schneller werden. Viel, viel schneller werden. So. Äh. Ich wollte bauen. Bahnhof. Zwei Stück. Ich wollte bauen. Schaltkreise holen. Okay. Und wenn wir schon das Auto haben. Ja, was doch. Mit dem Panzer hab ich jetzt auch irgendwo abgestellt, ne? Hahaha. Warum nicht? Die Per. So. Dann bin ich mal gespannt. Ja, das... Begrenzen wir gleich mal. Müssen wir nicht unendlich viele Teile da machen. Und, äh, bitte mal hier einen schnellen nehmen. Sehr schön. So. Dann wollte ich hier unten gerade noch mal vorbeigucken. Weil da fällt mir nämlich auch ein, äh, genau. Ich wollte hier eine chemische Ecke ja noch haben. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Deswegen kommt hier auch kein Harz an, ne? Woher auch? Mh, stell du mir hier Harz. Da war's. Sprich, einmal raus und lass mich raten. Ich hab keinerlei Pumpen, ne? Im Übrigen, du darfst da rein. Äh, da, 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 da. Wo sind sie denn? Bauen wir gleich fünf. Wobei. Eins, zwei. Man hier vorn. Bis wir das dann eingerichtet haben, wird's noch ein bisschen dauern. Dann sind die auch hoffentlich alle fertig. Gleich drei gekriegt. Äh, dahin. Ach so, ja, weil ich im Weg stand. Okay. Nein. Rein. Raus. Hier hin. Dahin. Bitte begrenze dich. Meinetwegen auf zwei. Du holst Schweröl. Du entlässt Schweröl. Und dann sollte das auch mit der Zeit hier unten wieder laufen. Genau. Und hier ist doch Glas. So, ich hab's Glas schon bekommen. Okay. Ach, der braucht auch erweiterte Schaltkreise. Super. Mh. Da. Um die extrem weite Strecke bis zu meinem Bahnhof zu fahren. Echt super. Wiep. Halt an. Okay. Baut mir rauf einen Bahnhof. Äh, das baut dann. Coole. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ach, das ist ein kurzer Zug. Warum dich, ne? Äh, coole. Wie viel Stacks passen da eigentlich rein? Nee, äh, da muss ich in, drei, sechs, okay? Äh, gut. Ich bin anbebauen. Ah, nee, das ist ein Alien-Artefakt. Okay. Ja, ich hab dieses blöde Zeug mit mir in meiner Basis. Es ist problematisch. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob die, ähm, so, drei, vier, fünf, sechs. Sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ähm. Ich weiß auch gar nicht mal, ob die endlich waren, die Quellen, oder unendlich für Stahl. So, machen wir gleich voll. Dann habe ich das Problem schon mal weniger. Äh. Der Zug soll ja dann... Hä? Ich hab den einfach nur vergessen. Ähm, der Zug soll ja dann später lange Strecken fahren, deswegen auch so viele Waggons. So, ähm, bitte den Bahnhof losschicken. Dass wir einmal die Endposition haben. Was mir jetzt natürlich sehr viel nutzt, weil ich ja diese Endposition ja aktuell gar nicht brauche. Hm. Echt jetzt? Oh, Mann. So. Bringet mir bitte einen, äh, Ding. Glas. Zwei Gleise. Genau, äh, und die Entfernung hierzu sollte eigentlich landen, dass der Zug hier noch von den Lasern geschützt werden sollte. Sollte. Ja, das heißt nicht, dass er geschützt wird. Wobei ja die Mine, ähm, so oder so geschützt werden muss. Bam. Genau, weil hier habe ich nämlich noch Bauxit, was wir ja immer wieder brauchen. Die Edelsteine, das Gold. Das Zeug da unten ist eigentlich total unwichtig geworden. Ja, komm. Schade um die Munition. Äh, weg mit. Okay. Und das hätte ich gerne so weit, dass wir alles abbauen können, ne? Das war jetzt, glaube ich, zu viel. Oh, die sind in der Basis. Mal wieder. Ähm. Echt stressig. Da hinten war das Gate. Okay. Die Viecher. Okay. Die haben keinen Strom. Okay. Äh, das ist mein Quarz. Das ist super. Oh, die machen da oben meine Kohle. Super. Ist die Mine frackt? Ne, es ist mein Kupfer. Also nicht schlimm. Das Einzige, was jetzt natürlich schlimm ist, dass ich natürlich nicht bedacht habe, dass die ganzen Fließbänder in der Fabrik sind und die da nicht gefunden werden von denen. Äh, Panzer. Ich habe den hier unten irgendwo geparkt. Wobei, mit der normalen Munition nutzt mir der Panzer auch recht wenig. Also, da sah es halt viel aushält, ne? Und die Panzergeschossmunition, ähm, ist ja wieder diese Spezialmunition, muss ich ja noch irgendwann herstellen. Vor allem, die Betonung liegt auf irgendwann. Genauso, wie ja irgendwann jemand die Lücke zugemacht wird. Und ich würde sagen, dass es irgendwann ist, jetzt. Ja. Mir geht das mit den Aliens nämlich gerade echt auf dem Zwirn. Und schlussendlich, ähm, es gibt keine vernünftige Ausrede für mich mehr, das eben ins Unendliche jetzt rauszuziehen. So, mach die Lampe weg. Gib mir... Wo ist es? So. Daher. Die kann ich ja immer noch dann verschieben, ist ja kein Thema. Aber Hauptsache hier ist es dicht. Da geht nicht, weil der Wald im Weg ist. Das ist auch kein Problem. Der nervt eh. So. Haben wir da noch irgendwo was, das abgebaut werden kann? Nö, ne? Sehr schön. Und dann brauche ich trotzdem nochmal das da. Dann will ich zumindest so weit hoch, wie es geht. Jetzt kann ich ja noch abwarten, die Minute, ne? Ach, ich darf es mittlerweile schon bauen. Okay, perfekt. So, da oben sollte jetzt dann auch keiner mehr durchkommen. Das Einzige, was jetzt ist, ist hier unten. Fair. Kopier. Mauer. Rein. So. Jetzt kann ich mich endlich um meinen Bahnhof kümmern. Ich glaub's ja gar nicht. Dann mach mal... Äh, herrlich. Hier. Hier machen wir zwei Tore draus. Jetzt hoffe ich, dass ich einigermaßen sicher bin. Ähm, grad mal in den Zug rein. Warte mal, wie weit bin ich denn jetzt da hinten noch entfernt? Hm, wie weit darf ich noch vor? Noch ein bisschen vor kann ich nämlich noch mit dem Zug fahren. Das wäre jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Dann schau wir, dass wir hier so einigermaßen gerade hochkommen. Dann mit Kisten hier in die Waggons rein. Und dann in der Basis trennen das ganze Zeug. Ah, ja, ja, ja. Bring jetzt mir die Schienen. Ähm, man kann nicht aussteigen. So. Dann musst du da hinfahren. Zu der Station springen fahren. Anhalten. Äh, jetzt hab ich ihn bewegt. Ich kenn mein Glück. Ich kenn mein Glück. Ja, dann ist er wegen einem Waggon wieder alles, äh, verschoben. So. Das raus. Sehr gut. Dann muss ich nur später schauen, wie ich da die Kurve kriege. Also, eins, zwei, drei, vier. Äh. Im eigentlichen Sinne? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja, so sehe ich ja schon, dass es passt eigentlich, ne? Hier runter. Eins, zwei, drei, vier. Da bleib ich dann auch nur bei dem Huthiel. Das ist sehr gut. Das wird jetzt anfangs halt mal reintransportiert. Der ganze Rest schauen wir dann später. Im eigentlichen Sinne hier gleich mit dem ersten Waggon dann. Sollte das passen. Zu wenig Fließbänder. Das ist gut. Das ist jetzt ein bisschen schlecht. Da kommen die vier auf. Das eine. Mach mal so. Da muss dann hier auf zwei verteilt werden. Dum dum dum. Äh. Roboter Transportmenge. Okay. Dann mach die nächste Stufe. Das sollte auch noch kein Problem sein. Hoffe ich. Das alles jetzt nur wegen den blöden... Wie heißen sie? Förderbändern. Wird später noch hübsch gemacht. Später. Passt. Würde ich sagen. Dann das Ganze natürlich nur mit Strom. Gucken, dass wir da alles irgendwie reinkriegen. Außerhalb können wir da ja... So arbeiten. Lasertürme hätte ich vielleicht mal mitnehmen sollen, ne? Wo ist mein Logistikzentrum? Da. Dann gib mir mal... Von Joki. Laser... Türme. Reiß ich lang. So, die prallen jetzt da oben schön an der Mauer ab. Perfekt. Dann kommen sie schon mal nicht rein zu mir und nerven mich. Das ist gut. Das Zeug muss dann auch noch irgendwie angeschlossen werden. Das könnte ich dann auch so per Förderbänder da runterholen. Nö, weil da muss jetzt wegen dem Einzelzeug da nicht vorbei. Aber wenn das Zeug dann alles weg ist, dann kann der Zug nämlich einmal schön da runter. Und dann kann dann ein, zwei Minuten stehen bleiben und dann da rauf fahren, ne? Die Basen da unten sind halt das Problem. Das müssen dauernd, bis jetzt die Lasertürme da hinkommen. Da kommen sie. Das Problem ist, wenn ich nämlich jetzt rausgehe aus der Logistikzone, dann verschwinden die Drohnen sonst irgendwo hin. Und das will ich ja nicht. So. Dann... Lästerum. Kein Lästerum. Weil... Genau. Jetzt Lästerum. Türme. 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 Machen wir so. Ich hoffe, das Land... Äh... Da vorne hätte ich gerne noch einen. Am Bahnhof dann. Ähm... Eigentlich so, dass der Zug nicht blockiert wird, ne? Hier hin. Mach. Da hin. Mach. Nein. Nein. So. Sollte langen. Standzeit machen wir mal auf. 60 Sekunden. Das sollte langen. Äh... Ja, genau. Ich kann eigentlich in den Zug reinsteigen, weil ich muss ja jetzt noch das... Rausfahren machen. So, zu der Station springen. Perfekt. Dann kann er da unten sammeln. Und... Ja. Machen wir zumindest mal das Erste. So. Aussteigen. Ich hab zu wenig... Nö, hab ich nicht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Hier. Hier, hier, hier. Könnten auch ein bisschen zu viel Waggons sein, oder? Leicht übertrieben. So. Das Wichtigste ist jetzt erstmal das da. Äh... Da könnte ich eigentlich dann am... Die ganz großen Kisten nehmen. Mein Gott, hört mal auf. Da oben Stress zu schieben. Ist doch schlimm. So. Das geht jetzt echt alles erstmal grad ganz... Halt, stopp. Äh... Stahl mach ich. Nee, nicht Stahl will ich. Ich will Titan. Jetzt brechen die da oben durch. Und jetzt hört's auf, oder was? Hopp. Halleluja sind das Mistviecher. Die halten jetzt echt jede Menge aus. Also, ich komm nicht in die Predulie. Das gefällt mir grad gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Vor allem jetzt bei Nacht will ich nachgucken, ne? Ob ich da überhaupt irgendwie ne Chance habe. Mach mal da ein bisschen mehr Türme hin. Wo war eigentlich mein guter Vorsatz mit den MG-Türmen? Der ist auch wieder weg, ne? Passt hoffentlich jetzt. Äh... Stress pur. Ja. Das war knapp. Yay. So. Ach, hört doch auf. Ich muss echt mal anfangen, ne Alien-Runde zu machen. Aber ich bräuchte dazu ein besseres Equipment, etc. Und hier bräuchte ich auf alle Fälle mal Strom. Oh, aber dass das passt. Achso, ich glaub, das hab ich ausgemessen nochmal. Dass das auch ja passt mit diesem blöden Polestar. So. Und so. Okay. Jetzt, so. Titan. Titan war... Nicht hier. Hier. Titan. Titanium brauche ich. Calcium, Chlorid, Carbon und Rutil-Erz. Und das wird hergestellt in diesen komischen Dingern da. Ja. Das ist natürlich super. Die waren... Wo? Da. Und dafür hab ich gebraucht Stonebricks. Und, ähm... Wenn ich's recht gesehen hab, gerade... Eisens... Also, ich hab gedacht, ich steck, äh, zwischen den Zügen fest. Ja, was hat denn der M jetzt gegeben? Oh, nee! Hört auf, wie Lasertürme zu bringen. Ich hab genügend. Immer noch nur drei. Ja, warum? Weil ich hier kein Schweröl bekomme. Das Modpack will mich umbringen, ey. Und das geht noch in schwieriger, ne? Echt mal. Wer macht das? Find's mir ein Botz gerade derzeit. Nee. Hab ich sogar mehr als genug. Ah, jetzt kann ich da drüben wieder gucken. Man, man kommt aber auch wirklich zu nichts. Also, mit man kommt zu nichts, meine ich ja eigentlich nur ich mich. Diese Alien-Angriffe machen mich verrückt. Schweröl. Hier oben läuft. Leichtöl voll. Das ist super, weil aus Leichtöl kann ich machen... Stimmt, ich wollte nachgucken, was ich aus Leichtöl machen kann. Also, ich bin gerade echt davon, äh, äh, am überlegen, um ihn nicht einfach mal... ...böse Dinge mache. So. Warum mache ich mir eigentlich immer die Mühe, das abzureißen? Ich könnte die Void-Pipe machen, kurz hinsetzen und dann das einfach mal rauslöschen, ne? Äh, da ist nur in Flüssigkeiten rein. Hm. Ich könnte halt Fuel-Blöcke machen, aber das bringt's auch nicht. Irgendwie... T, 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 t... Schwierig, nee, das... das mache ich aus leicht bin gerade echt am überlegen ich kenne kein vernünftiges rezept außer petroleum petroleum auch derzeit doch genug herrlich ich wollte eigentlich holen steinziegel und ich mache aus den steinzielen steinrohr so gehen mal keine heißen worden die wollte ich mich jetzt da unten holen eigentlich da drüben sehr schön ja zumindest jetzt den stahl möchte ich machen das wäre nicht schlecht dass wir mir ein bedürftig so gut dass ich so wenig stein dinge da habe ich mich eigentlich daran erinnert dass ich da unten gerade mal eine fabrik aufsetzen kann um wieder mauern herzustellen auch wenn ich nicht wirklich davon überzeugt bin dass ich noch mal welche brauche weil dort oben dürften eigentlich lügen sein aber sicher ist sicher nachher vergesse ich es einfach und sagt dann werden hergestellt was du da bin ich ich würde sagen hey ist ja gar nicht warum warum sind das anderen und zwar brauchst du das da und da perfekt dann machen wir bitte mal ein paar von die jetzt ist die frage ich denke vorab kann ich das wirklich mal so machen das ist jetzt nur dass die transportbänder da war gestartet werden später will ich das natürlich anders haben wie wir es erst das dazu setzen um zu wissen wohin und nicht wieder woher ist falsch und so ne so so fast perfekt das war eins zu so rein kommt ich glaube zwei langen das sage ich jetzt einfach mal so titanium platten und im eigentlichen sinne auch schon wieder blöd ich könnte mir das ja recht einfach machen dann machen wir das so und so und so natürlich nachfrage wer wer merkt den fehler sprich ich bräuchte und ich darf dafür nichts bauen echt jetzt was fehlt das holen wir dann auch noch mal gleich die da hier wollte ich das ist doch echt immer wieder dasselbe so carbon und kalziumchlorid ich hoffe ich produziere beides noch in mengen carbon und kalziumchlorid da muss ich dann eh nachschauen ob ich das in kisten habe oder nicht ich könnte es aber auch wirklich versuchen das mit den waggons ist wenn ich mir niemals merken können wo was dann drin ist nee 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 da könnte ordentliches sortiersystem dann dahin holen wir gerade mal die hier wenn wir schon mal dabei sind oben sieht es mauer aus leere bänder das ist immer schlecht sehr schlecht zeugt einfach davon dass ich viel zu wenig materialien habe nein ich habe keine mehr von denen super die blauen kriegst du gleich wieder zurück woran fehlst du kupfer kupfer kommt unten einfach zu wenig nach für kupfer träte das war ja klar ich begrenze mal die kisten hier das wäre vielleicht dann auch nicht so schlecht okay kalziumchlorid warum so rum bräuchte ich jetzt dich ne oh okay ja es soll so passen okay ich denke einfach mal das wird jetzt dann so weit laufen jetzt gucke ich mal nach dass das titan müsste da sein und wenn das jetzt läuft bin ich zumindest ein bisschen zufrieden ach so es kann ja nicht laufen ich bin ja ein idiot ja doch ich weiß wie es zum laufen bekommen ganz einfach sogar ich glaube jetzt da unten eine antenne und zwar die da hier die braucht auch keiner wahrscheinlich hier oben noch irgendwo eine ich muss nur daran denken dass sie dann wieder wegnehmen sorgt natürlich auch dafür dass sie hier verbunden ist ansonsten nutzt mir das gar nichts ja dann das ist nicht gemeint nicht da so okay wollte gerade sagen also jetzt wäre es jetzt wäre es das wäre es nüster okay so stahl sollte titanium 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 sollte dann anlaufen habe ich vielleicht zufälligerweise ähm das kann da rein ich hab ich hab von den anderen beiden stoffen wirklich nichts dabei das ist ja mal krass holy moses läuft das schnell ich glaube ich mache danach die geschwindigkeitsmodule dass das wirklich mal gestartet wird das wird zwar noch ein heckmeck werden mit den modulen aber nein ich mache keine prognose was ich mache ich mache eh irgendwas anderes wie immer gut danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal baba